Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir haben in der letzten Folge Thane kennengelernt und mit dem wollen wir auch weit quatschen. Erstmal wollen wir uns natürlich die ganzen neuen gefundenen Sachen angucken. Betrachten. Maschinenpistole. Ja, das haben wir. Und wir hatten hier noch eins. MP-Schilddurchdringung. 15 % Gruppenschaden. Ja, nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir noch was für das Sturmgewehr. 25 % gegen Panzerungsschilde und biotische Barrieren. Nehmen wir natürlich auch. Wir haben ja die Ressourcen. So, jetzt haben wir aber nichts mehr freigeschaltet, oder? Ne. Panzerungs-Upgrades. Notfallschilde. Puh. Platin haben wir gerade nicht so viel. Bio-Verstärker. Gruppenbonus. Plus 20 % Dauer von biotischen Kräften. Das hätte ich gerne. Ich will mir erst noch andere Sachen angucken. Schweres Knochengewebe. Er leidet durch Nahkampfangriffe. Weniger Schaden. Nur Shepard. Machen wir doch mal. Und dann gucken wir nochmal an Notfallschilde. Einheit regeneriert die Schilde von Gruppenmitgliedern auf volle Stärke. Also die Wiederbelebungs-Dings. Finde ich eigentlich ganz gut. Wir machen das jetzt einfach. So. Geschafft. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur... Warte mal, können wir sie anquatschen? Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein. Aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Seien sie einfach vorsichtig, wenn das Gespräch auf persönliche Themen kommt. Natürlich. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warn sie mich, falls sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Wie kann ich ihnen helfen, Commander? Können wir plaudern? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay. Ich gehe besser. Okay. Ist nichts zu weiß. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja. Gucken wir doch mal. Vielen Dank für die Hilfe, Lisbeth Bainham. Hey Shepard, ich habe gehört, was Sie auf Iliop getan haben und möchte mich dafür bedanken, dass Sie Zeus Hope schon wieder geholfen haben. Wir haben überlebt, wenn auch knapp. Die meisten von Exogeni sind weg, aber ich bin als Gesandte geblieben, um dafür zu sorgen, dass von dem Thorianer nichts zurückgelassen wird. Wir können dieses Problem nicht nochmal gebrauchen. Außerdem tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auf sie geschossen habe. Das habe ich zwar bestimmt schon gesagt, aber ich wollte es noch einmal wiederholen. Viel Glück und nochmals Danke. Dank Ihnen liebt Zeus Hope wieder. Beste Grüße, Lisbeth Bainham. Und die kann ich mich gerade nicht so erinnern. Also wir sind ihr bestimmt auf Feros begegnet, aber gerade fällt mir nicht ein, wer das sein könnte. Martin Burns. Der Name sagt mir aber was. Commander Shepard. Udina hat gesagt, diese Nachricht würde sie erreichen. Sie sollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was sie an jenem Tag für mich getan haben, als mich diese irren Biotika als Geisel genommen haben. Sie haben sie überredet, mich gehen zu lassen und mich lebendig von diesem Schiff runtergebracht. Ich will nicht lügen. Ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem, der Biotika war für mich ein Sprungbrett, das sich gut in meinem Lebenslauf machen würde, aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise. Ich weiß nicht, was Sie tun, aber ich will dafür sorgen, dass die Menschheit ihr Potenzial mit einem Minimum an Blutvergießen ausschöpft. Ich erhalte Dankesbriefe von L2 Biotikern, die gerade ihre Entschädigungszahlungen bekommen haben. Eigentlich müssten diese Briefe an Sie gerichtet sein. Ich dachte nur, dass Sie das wissen sollten. Für Glück. Ich stehe politisch ganz schön unter Druck und wüsste nicht, was ich Ihnen als Hilfe anbieten könnte. Aber wenn Sie mich brauchen, lasse ich Sie nicht im Stich. An den erinnere ich mich. Den haben wir tatsächlich gerettet und wir hatten ja auch unsere Überredungskünste dafür genutzt. Und jetzt kriegen die ganzen L2 Biotika ihre Entschädigung. Das ist doch mal schön zu lesen. So. Oh, Teamstatus? Also das ist die Justikarin, aber wer fehlt hier denn noch? Ist auch noch grau, also kann man noch nicht sehen. Ich bin ja mal gespannt. Okay. Das haben wir. Dann suchen wir jetzt... Nee, wir gehen einmal kurz... Wir haben doch diesen Fisch gekauft. Ich will mal jetzt kurz gucken, ob der da im Aquarium rumschwimmt oder ob ich den da erst reinsetzen muss. Ah, Fische füttern. Hier sind die Fische. Und ich bin der Meinung... Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Ich gehe nochmal hier hin zurück. Wie geht es denn unserem neuesten thurianischen Crewmitglied? Seine Wunden sind bestimmt sehr schmerzhaft. Garus ist hart, aber ich mach mir trotzdem Sorgen um ihn. Er hat viel durchgemacht, nicht nur körperlich. Irgendetwas an ihm bringt mich dazu, dass ich ihn am liebsten umarmen und ihm ins Ohr flüstern würde. Alles wird gut. Ey, das ist meiner. Ich will das machen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, nee, geht noch nicht. Ich gehe besser. Okay. Vielleicht reden wir später miteinander. Ich glaube, wir können hier irgendwann die Aufgabe aufbummeln, dass sie sich um die Fische bitte kümmern soll. Aber ich weiß nicht, wann das gefiggert wird. So. Thane ist hier. Gehen wir mal gucken, was der Gute von uns will. Lebenserhaltung. Ist er dann hier? Ja. Thane ist hier. Brauchen Sie etwas? Reden wir von etwas anderem und das. Okay. Wir fangen natürlich erstmal über ihn an. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja. Ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Kepral-Syndrom und er ist ein Drell. Jetzt wissen wir es. Ich habe es einfach vergessen. Wo genau liegt das Problem? Mein Volk stammt von einer sehr trockenen Welt. Die meisten von uns leben jetzt auf Kaji, der Heimatwelt der Hanar. Dort ist es sehr feucht und es regnet täglich. Unsere Lungen kommen mit der Feuchtigkeit nicht zurecht. Mit der Zeit verliert das Gewebe seine Fähigkeit Sauerstoff aufzunehmen. Das Atmen wird dadurch erschwert. Am Ende ersticken wir. Unschöner Tod. Also, puh. Wenn man das weiß und weiß, dass es kein... Kein Nach... Also, wir wissen nicht, ob es Neidung gibt. Ähm. Aber wenn man das weiß und weiß, dass man daran stirbt... Boah. Ist nicht schön. Also es ist bei keiner Krankheit nicht schön. Aber so... Ersticken stelle ich mir schon... Naja, wobei man wird irgendwann ja unmächtig. Vielleicht ist Ersticken doch nicht so der schlimmste Tod. Aber ich stelle mir Ersticken halt sehr, sehr schlimm vor. Ähm. Also wäre für mich schon ein Tod, den ich nicht gern sterben möchte. Können die nicht etwas unternehmen? Die Hanar haben ein gentechnisches Programm, das irgendwann zu unserer Anpassung führen dürfte. Das Projekt läuft aber erst seit ein paar Jahren. Bis es Früchte trägt, hat mein Körper das Atmen sicherlich längst eingestellt. Sollte kein Problem sein, das klingt so böse. Das würde ich nicht sagen. Werden Sie bis zum Ende der Mission einsatzfähig bleiben? Die nächsten acht bis zwölf Monate sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Je mehr Zeit ich in feuchter Umgebung zubringe, desto schneller schreitet die Krankheit voran. Ich halte es für gesichert, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem ein Körper nicht mehr funktioniert, entweder gesiegt haben oder tot sind. So oder so werde ich keine Last für sie sein. Die Frage ist also, er hat ja gesagt, die meisten der Drell leben bei den Hanar, wo es sehr feucht ist. Ob es für die nicht eigentlich eine Möglichkeit gäbe, auch vielleicht da nähen zu leben, wo es trockener ist, damit halt diese Krankheit keine Chance bekommt zu greifen. Aber die Hintergründe wissen wir hier jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob dazu was im Kodex steht, weil das würde ich gerne lesen. Also falls ihr das wisst, ob es dazu irgendwie einen Kodex-Eintrag gibt, dann gerne. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanar das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Odrell-Biologie, das klingt nach dem Kodex-Eintrag, den ich gerne lesen würde. Äh, reden wir mal über das Atmosphäre. Lass ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Oh, Upgrades. Wir brauchen die bestmögliche Ausrüstung, um es mit den Kollektoren aufzunehmen. Haben Sie irgendwelche Hinweise, die ich verfolgen könnte? Mein altes Kontaktnetzwerk hat oft seltene Ausrüstung für mich aufgespürt. Soll ich mit Ihnen mal in Kontakt treten? Klar. Ja, mal sehen, was Sie haben. Schiffsverbesserung, betrachten. Station für modulare Sonden. Oh. Oh, das möchte ich. Aber sowas von. Oh, wie cool. So, nochmal reden. Brauchen Sie etwas? Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Ah, okay. Das müssen wir jetzt alles noch fragen. Das ist mir wichtig. Die Drell leben auf der Heimatwelt der Hana, richtig? Ja. Ich weiß, dass viele sich schwer tun, die Hana zu verstehen. Das liegt aber nur daran, dass sie Wesen, die sie nicht kennen, sehr formell behandeln. Wir hingegen kennen Sie ziemlich gut. Wenn Sie einem Hana mal so nahe kommen, dass er Ihnen seinen Seelennamen verrät, werden Sie verstellen, dass Sie sehr herzlich sind. Ich dachte, die Hana verraten nur sehr engen Freunden ihren Seelennamen. Die meisten meiner Aufträge waren für die Hana. Meine regelmäßigen Kontakte kannte ich ziemlich gut. Seelennamen sind meistens poetisch. Ein Hana, der für seinen Zynismus bekannt ist, nennt sich dann vielleicht Erleuchtet die Torheit der Tänzer. Das ist aber ein sehr, sehr langer Name. Aber das finde ich auch super interessant. Weil ich finde, ein Name kriegt irgendwie schon so ein bisschen die Persönlichkeit. Versteht ihr, was ich meine? Also, nicht wissenschaftlich gesehen, aber irgendwann lernt man ja, sich damit zu identifizieren mit seinem Namen. Also, das ist ja ein Prozess. Und ich schätze mal, ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Phase als Kind oder pubertäre Jugendliche, also pubertäre Jugendliche hattet. Da setzt man sich ja so ein bisschen mit dem Thema auseinander und man will dann plötzlich anders heißen oder sich umbenennen oder sonst was. Zumindest hatte ich so eine Phase. Ähm, bis man dann irgendwie oder irgendwann an den Punkt ankommt, wo man sagt, okay, ich kann mich mit meinem Namen identifizieren. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Aber irgendwann wollte ich anders heißen. Mittlerweile finde ich meinen Namen sehr, sehr schön und möchte ihn nicht erinnern. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass ich nur einen Namen habe und nicht einen Doppelnamen oder Dreifachnamen oder meine Nichte hat sogar vier Namen. Meine beiden Nichten haben vier Namen. Das hat zwar Hintergründe, die ich verstehe, aber ich will trotzdem meinem Kind niemals vier Namen geben. So. Das ist einfach zu viel. Wenn Sie für die Bösen beten, zu wem beten Sie da eigentlich genau? Das kommt auf die Umstände an. Um mein Ziel zu finden, spreche ich mit Amonkira, dem Herrn der Jäger. Und wenn ich jemanden verteidige, mit Arashu, Göttin der Mutterschaft und des Schutzes. Und wenn die Zielperson erledigt ist, spreche ich mit Kalahira, der Göttin der Ozeane und des Jenseits. Ozeane haben auf den ersten Blick aber nicht viel mit dem Jenseits zu tun. Bedenken Sie, der Ozean ist voller Leben. Allerdings nicht mit Leben, wie Sie und ich es kennen. Um dort zu überleben, müssen wir unsere Herrschaft über das Festland aufgeben und eine neue Lebensweise akzeptieren. Genauso ist es mit dem Tod. Die Seele muss ihre Loslösung vom Körper akzeptieren. Kann sie das nicht, ist sie verloren. Es sind tatsächlich bei ihm sehr interessante Ansätze, wie er sowas sieht. Also das Leben sieht, jetzt hier in dem Fall den Tod sieht. Ich würde mich tatsächlich super gerne mit ihm wirklich hinsetzen und mit ihm diskutieren. Aber es geht leider nicht. Es ist nur ein Spielcharakter. Bei manchen denke ich echt so, oh, so ein richtig geiles Gespräch bei einem Bierchen oder so. Ich glaube, da wird einfach der Erkenntnishorizont total erweitert werden. Und ich würde das einfach nur alles super interessant finden. Und sowas, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sowas fehlt mir aktuell extrem, dadurch, dass man viel alleine zu Hause rumsitzt. Und im Internet gibt es leider nicht so schöne Diskussionen, also die meisten nicht. Es gibt irgendwie gefühlt gerade nur Hetzerei, Hass und sonst was alles, was man gar nicht mehr lesen möchte. Also ich muss sagen, ich halte mich aktuell relativ, oder halte mich viel aus sozialen Medien raus, weil es, uh, ich kann es gerade nicht mehr ab. Aber ich hätte echt mal gerne wieder so eine richtig tolle Diskussion mit einer Person gegenüber, mit dem man sich einfach, mit einem Thema, mit dem man sich dann auseinandersetzt, wo man halt neue Erkenntnisse bekommt und so. Also, ja, das fehlt mir ein wenig. Das fehlt mir wirklich ein wenig. Aber wir nutzen jetzt hier die Spiele dafür aus. Ich wusste gar nicht, dass die Drell mehrere Götter haben. Es ist eine unserer älteren Glaubensrichtungen. Heute hängen viele den Entflammten der Hana an. Oder den Philosophien der Asari. Die alten Anschauenden sterben aus. Es gibt so viele Ansätze, den eigenen Platz im Universum zu interpretieren. Wer braucht da schon die Weisheit der Ahnen? Die jüngeren Generationen glauben nicht, dass sie uns bei der Gentechnologie, bei orbitalen Angriffen oder Alien-Spezies helfen können. Ja, also, ich bin ja, das wisst ihr ja auch, nicht so der gläubige Mensch. Ist halt immer so eine Sache, wie das ausgelegt ist, so hier in der Welt, in der ich lebe, gibt es halt nur gewisse Religionen, die sich teilweise ähneln. Mit denen ich halt nichts anfangen kann. Ich würde nie, also ich würde jetzt so vom jetzigen Standpunkt, es tut mir leid, würde ich nie sagen, dass ich mich niemals in einer Religion anschließen würde. Weil man weiß nie, wie das kommt oder ob es nicht mehr Überzeugungen gibt, denen man sich hingeben kann. Aktuell ist es eher so, ich glaube, das, was ich sehe, anfassen, fühlen, erforschen und sonst was alles kann. Ähm, und denke halt eher in wissenschaftlichen Modellen. Weil ich glaube, ich würde nicht ausschließen, dass es vielleicht nicht eine Art Glaubensrichtung gibt, der ich mich anschließen könnte. Also, ich will sowas einfach nicht ausschließen. Und deswegen finde ich es immer interessant, sich auch über solche Sachen zu unterhalten. Also, man muss ja nicht alles annehmen für sich, aber einfach mal vielleicht in Erfahrung bringen, das wäre schon ganz cool. Okay, dann haben wir alles abgefragt. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Aber es sind wieder so viele Sachen, zu denen man so viel diskutieren kann. Das finde ich so schön an diesen Spielen, auch von, äh, an Dragon Age Spielen. Da sind Thematiken drin, die muss man teilweise, oder das sind, die sind nicht nur mit ein, zwei Sätzen abgefrühstückt. Das sind halt wirklich, ja, Grundeinstellungen und sonst was. Ähm, oder Lebenseinstellungen, Lebenshaltung generell. Das ist halt, äh, Das ist halt, äh, ja, ein größeres Thema, wo man richtig viel diskutieren kann. Und wenn man natürlich ein Let's Play macht, geht man ja auch ein bisschen auf die Sachen ein. Und manchmal kommen dann solche kleinen Monologe raus, wie jetzt gerade. Gucken wir mal, was, ob Garrus endlich mal mit uns reden will. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Er muss wieder qualifizieren. Kann das warten? Ich stecke gerade mit mir. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay, haben wir seine persönliche Quest? Ich glaube noch nicht, nur seine Loyalitätsmission. Ähm, also Morden haben wir. Jack. Miranda, Jacob, Kazumi, Said. Nee. Können wir denn noch was anderes fragen, damit das getriggert wird? Garrus. Habe ich da irgendwas vergessen? Oder will Garrus einfach nur... Brauchen Sie was? Kalibrieren. Er will einfach noch kalibrieren. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ach ja. Irgendwann kriegen wir das schon hin, mein Lieber. Okay, hier ist nichts. Sag gerade so aus, als könnte man da noch was machen. So, wir haben mit Thane geredet. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück nach Othnos Astra. Und gucken uns dort weiter um. Beziehungsweise fangen wir das zweite Dossier an. Aber das machen wir nicht in der Folge, sondern in der nächsten. Also jetzt erstmal vielen Dank. Commander, Morden hat um ein Treffen mit Ihnen gebeten. Dann werden wir in der nächsten Folge erstmal mit Morden quatschen. Und danach gehen wir dann zurück nach Othnos Astra. Also jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.